Herzlich Willkommen zurück bei ZGuides. In diesem Video geht es um den Boss Loretta, Ritterin des Harlec-Bombs. Für mich jetzt neu. Blind. Ohne irgendwelches Prowissen der Phasen gehe ich jetzt hier rein. Aha, also schon mal beritten. Oh, ist er wieder am Anfang. Nein, bloß auf Hakel Gesandte. Er ist immer angetrötet. Oh Gott, es ist fast alles tot. Oh Gott. Das ist ein Nubi. Ah. Woah. Crazy. Ich kann es nicht auf den Schiff. Schau es in hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss näher ran. Nope. Wir werden eine Menge ausdauer, Kollege. Kollegin. Ich dachte, wir sind wieder weiblich. Sieht nicht weiblich aus. Ich kann mich auch täuschen. Ha. Ah, die Fernangriffe sind mein Problem. Ich glaube, ich habe eine Haltung runter. Oh, oh. Was ist denn das? Oh, oh, oh. Oh, das ist jetzt was weiblich. Oh, ich konnte mich nicht ausreden. Oh, der war mies. Oh, wie erweite ich das denn richtig aus? Oh, mies ey. Okay, mein letzter Tank. Shit. Was war's? Das war sowas von... War so klar. Nein! Äh, von dem ersten Versuch nicht schlecht. Versuch Nummer 2. Schlein rein da. Oh, oh. Jetzt nehmen wir natürlich die... Tato-Träne. Das Ganze hier auch wenn ich abkürzen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ah, vielleicht sogar. Die müssen wir auch nicht ausreden. So, jetzt kommt der Damage. Boah. Ich bin immer so ein Gegenheiler. Ha! Hey, der Spiegel schlägt natürlich auch. Ich muss meine Träne retten. Nein! Ach, Gott. Loretta, Ritterin des Halligbaums Trophäe erhalten. Loretta ist geschick. Loretta ist kriegsticher. Stock. Hat Spaß gemacht. Gucken wir uns mal die Kriegssichel an. Nice! Loretta ist Kriegssichel. Eine meisterlich gefährdete silberne Kriegssichel von Loretta. Ritterin des Halligbaums. Ursprünglich wurde diese Waffe der königlichen Leibgarde von Karya verliehen. Aber jemand hat den blauen Schimmerstein, der sichel durch reines Gold ersetzt. Ha! Talent Loretta ist Schnitt. Ein Talent der königlichen Ritterin Loretta. Springt vorwärts, erfüllt die Klinge mit Schimmersteinmacht und führt dann während der Landung einen schwungvollen, ausladenden Hieb aus. Ja, ich kann es leider nicht nutzen, wenn mir noch die Werte fehlen, aber hübsch ist es. Oh, ich kann es ohne Effekte machen. Ja, ist geil eigentlich. Hat was das Ding. Okay. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Guides zu verpassen. Euer Z-Guides. Haut rein. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018